Dekoriere die vornehme Villa und die Wohnung Walachai mit Flamingo Gartenschmuck. Tatsächlich sind alle Flamingos bei der Villa zu finden. Ihr müsst also keine zwei verschiedenen Orte dafür besuchen, um die Aufgabe in einer Runde zu erledigen. An dieser Stelle befindet sich auch ein Flamingo, den ich allerdings in der Vorrunde schon geholt habe. Die Villa eignet sich da ganz gut, denn abgesehen von ein paar Bots, werdet ihr dort nicht auf viel Zug gegen Wind stoßen.